Ah komm, einmal geht noch. So, dann gehen wir mal trainieren, würde ich sagen. Ach, Quatsch. Wir bauen auf 4 hier. Na ja, für 5 brauchen wir erstmal die Ausdauer. Äh, die Geschicklichkeit. Was war jetzt die Geschicklichkeit? Das Ding hier, oder? Ja. Tata, grüß dich. Ja. 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 Ne, dann gehen wir erstmal in den Boxsack. Das hier? Okay. Ja, ich würde gerne auf die 4 kommen. Gibt's denn noch was für ein Geschick? Seilspringen? Ist ja auch Ausdauer, ne? Springseil. Reifen. Reifen. Hm. Ah. Ja. 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 Komm, zieh mal durch. Jawoll, 4. So, Talentbaum. Sehr geil. Sollen wir die 4 Punkte sparen? Was meint ihr? Was meint ihr? Frauen backern ist auch Geschick, ja. Dann kämpfe ich jetzt, oder? Sparen wir. Sparen wir. Das ist aber ein passives Ding gewesen, gell? Das müssen wir jetzt nicht einsetzen. Ja. 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 Ich bin ganz sicher. Taut ganz schön rein der Typ, ne? Was soll ich Wanne setzen? Spare hohen Rückhandschlag und ein Typ dritter setzen, okay. Die Aussage flöten, jawoll! Zieh durch! Junge! Yes! Oh, war das knapp! Boah! Ein Punkt! Boah, jetzt ist es! Boah! Was haben wir denn noch? Rohrhö... Rohr... Rohrrückhand! Rohrrückhand! So, dann haben wir hoher Rückhand! Hoher Rückhand! Sehr geil! Können wir nochmal Pets trainieren? Ne, wir haben kaum Energie, gell? Bringt nix! Macht keinen Sinn, ne? Das war echt knapp! Junge, 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 Junge! Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal nach Hause! Wobei, ich guck mal in dem Café vorbei! Guck mal im Café vorbei! Guck mal im Café vorbei! Gut! Okay! Okay! Und wieder? Ne? Okay! Dann gehen wir jetzt erstmal auffüllen! Erstmal Penn! Salvo Play! Grüß dich! Und natürlich an alle anderen, die gerade erst eingeschaltet haben! In zwei Tagen! So, was futtern und dann auf die Arbeit! Sekunde! Das ist schon mal ein bisschen! Okay! Dann wird es wieder sehr gut geblieben! Okay! Ich bin jetzt schon mal ein bisschen mitgeblieben! So, dann gehen wir noch was einkaufen Einmal nur kurz hinlegen Heute, okay Dann essen wir noch was, gehen noch mal trainieren Ah, Moment, ich hab was Ich hab mich ersetzt Ah, gut Wenn ich zwei bis drei Pizzen ausdrehe, einen Spezialauftrag Okay Im Kampf darf ich nicht vergessen Das Talent auszutauschen Machen wir noch ein Training, oder? Bringen wir uns hoch Jetzt sagen wir mal ein bisschen Wir gehen mal im Boxsack Oh, aufgehört So, jetzt gehen wir hier rüber Das Typ unten helfen dem hier So, jetzt gehen wir hier rüber So, jetzt gehen wir hier rüber Ultimate Fights Okay, Ultimate Fights Sehr gut So, dann ziehen wir die Ausdauer hoch Aber wir müssen gleich Können wir noch weiter trainieren? Noch ein Stück geht, oder? Ist ja noch ein bisschen Zeit Gut Müssen wir jetzt leider durchziehen So, äh, was hast du gesagt? Tiefen Tritt ersetzen So, gell? So war das Schoko Keks Grüß dich Gut Oh, ich soll einen tiefen Tritt durch Rückhandschlag ersetzen Probieren wir mal Wird es auch zum 12 Stunden Stream? Keine Ahnung Nee, also Boah, dem Seine Ausdauer Dem Gegner Seine Ausdauer ist aber Ordentlich unten Farm Ich bin in einer Kampfmaschine Easy Sehr gut Fünfte Platz der Liga Weiter so Werde Champion der Liga Hey Kumpel Du bist unaufhaltsam Klar Unaufhaltsam Großgegeben Äh, was wurde Wo wollte er hin? Soll ich mitgehen? Ich hab jetzt nicht aufgepasst Ich hab mich über meinen Sieg so gefreut Ich hab jetzt nicht aufgepasst Was hat er denn ihm abgefordert? Weiß jemand Weiß jemand Es weiß niemand Es war Okay Okay Okay, wenn er sich erholt hat Boy ist ein guter Kerl So, schauen wir mal Schnell in die Stadt Die Stadt laufen Oh, 10% Soll ich einen Reißesser machen? Der Reißesser ist doch gut, oder? 7 Punkte Und ich krieg 10% mehr geschickt Pro Training Damit kann ich doch Dann hab ich doch Bitte ein Ultimativ Oder? Reißesser Okay Weg des Tigers Machen wir mal als nächstes Kann ich jetzt noch diese Handpads machen? Knug für heute Okay Okay, okay Anmelden Dann erhole ich mich jetzt erstmal, würde ich sagen Oder? Dann gehe ich noch was arbeiten Hey Roy Ja Ja, wunderbar Mutz, grüß dich Ja, ich hab mich mal fertig gemacht für das Spiel Wir müssen ja auch ein bisschen in Kluft kommen, ne? Mhm Adrian Okay, dein Auge Wir müssen es aufschneiden Bellung So, nun Eigentlich würde ich mir erstmal ausruhen, oder? Jawohl Achso, das Trainieren Wollen wir nicht das Auto reparieren? Können wir nicht, ne? Wir können nur entspannen Auf geht's Wie jetzt? Auto reparieren Wie, wie helfe ich ihm denn? Ach, der Schwester helfen Ach, genau Hoffentlich hat er mich erwähnt Hi Adrian Schwingende Liebe Gewinne Adrian Zuneigung Das ist vermutlich schwieriger als deine Kämpfe Ein bisschen mal ein Bizeps zeigen Und dann geht er schon Wach Ähm Sie mag Blumen Okay, okay, okay Danke für den Tipp, Roy Können wir die Blumen pflücken? Können wir nicht hier was machen mit ihr? Blumen, genau Hey, je Ein Boxer Mann, Mann, Mann Blumen suchen In der Stadt Sehr gut Dann mache ich mir jetzt alle hier an dem Ding da Und dann geht's weiter Okay, wir müssen was essen Telefon Okay, Sportgeräte kaufen Wir haben im Moment kein Geld Das heißt Wir bauen uns erstmal auf Kurz mal ausruhen Ein bisschen Energie tanken So, noch ein Steak rein Und dann gehen wir was Ah, das ist ein Blömschel Sehe ich gerade Noch vier Stück Okay Jetzt gehen wir erstmal nach unten die Blumen abgeben Achso, die hatte Okay Ich hätte einfach nur noch vier finden müssen Sportgeschäft Da brauchen wir gar nicht hingehen Weil wir eh kein Geld haben Also gehen wir ganz kurz arbeiten Und're Ich werde dann noch mal nicht irgendein